Ich stelle mir gerade vor dich mit der Quetschung und die... Oh, das wäre doch meine Idee. Das wäre doch die Idee, also... Der Ernst ist ja ein bisschen Schmähstart geworden, gell? Das ist ganz ruhig. Wie weit sind wir mit der Herzmassage? Geht's noch? Danach, nach der Sendung. Nach der Sendung. Aber Ernst, es wird immer quasi hier heißer auf der Bühne. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung weg von irischen Gospels und Flugzeug. Flugzeug, jetzt fliegen wir noch ein Stück weiter, nämlich nach Rio.